Die Druck-Zumischanlage Automix.de ist eine Eigenentwicklung aus dem Hause Schlingmann und optimal auf den Einsatz mit den Feuerlöschkreiselpumpen der S-Serie abgestimmt. Die Automix.de ist in drei Leistungsklassen mit einer Schaummittelförderleistung von bis zu 160 Liter pro Minute erhältlich. Einfachste Bedienung zeichnet die Druck-Zumischanlage aus. Mit vier Druckschaltern ist die gesamte Anlage vom Pumpenbedienstand zu steuern. Das patentierte System führt Schaummittel elektronisch geregelt über nahezu den gesamten Druck- und Förderbereich der Feuerlöschkreiselpumpe zu. Das Schaummittel wird druckseitig durch eine Schaummittelpumpe dem Wasser zugemischt, die über ein Antriebsriemen von der Welle der Feuerlöschkreiselpumpe angetrieben und mittels einer Elektromagnetkupplung zugeschaltet wird. Hierdurch ist kein eigener Elektromotor erforderlich und es erfolgt somit keine zusätzliche Belastung des elektrischen Bordnetzes. Nach der Aktivierung der Druck-Zumischanlage steht das Schaummittel praktisch ohne Verzögerung an den Druckabgängen zur Verfügung. Die Schaumabgabe ist über bis zu zwei B-Druckabgänge, den Schnellangriff und den Werfer gleichzeitig möglich. Alle weiteren B-Abgänge können zur gleichen Zeit mit Wasser betrieben werden. Bei der Schaummittelpumpe handelt es sich um eine Zahnradpumpe. Durch die Eigenkonstruktion der Zahnradpumpe und des Zumischsystems kann die Anlage platzsparend mit allen Schlingenmann-Feuerlöschkreiselpumpen kombiniert werden. Es entsteht keinerlei Platzverlust in den Geräteräumen. Das Druck-Zumischsystem kann gleichzeitig mit der Feuerlöschkreiselpumpe eingeschaltet oder auch zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert werden. Die Anfangs-Zumischrate ist im System hinterlegt und kann jederzeit geändert werden. Nach Einsatzende wird die Anlage über eine auf Knopfdruck automatisch ablaufende Spülfunktion gereinigt. Die Unterbringung des 120 Liter fassenden Schaummitteltanks unmittelbar unter dem Aufbaudach oberhalb der Pumpenanlage führt zu keinerlei Platzverlust im Aufbau. Es wird der ansonsten nicht nutzbare Raum zwischen den Rollläden ausgenutzt. Der Raum für die nach Norm vorgesehenen Schaummittelkanister kann somit vollständig für Zusatzbeladung genutzt werden. Über die fest eingebaute Schaummittelfüllpumpe mit automatischer Abschaltung bei maximalem Füllstand kann der Schaummitteltank jederzeit, auch während des Betriebs der automix.de, gefüllt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017